Johann Stephan Pütter, Jurist 1753 bis 1807, Goethe-Allee 13 Johann Stephan Pütter, geboren am 25. Juni 1725 in Iserloh, gestorben am 12. August 1807 in Göttingen, war ein deutscher Staatsrechtslehrer und Publizist. Leben Johann Stephan Pütter wurde als Sohn eines Iserlohner Kaufmanns geboren, seine Mutter entstammte der Iserlohner Pastorenfamilie Farnhagen. Seine Bildung erhielt er ausschließlich von einem örtlichen Pfarrer als Hauslehrer. Durch diesen lernte er nicht nur Latein und Griechisch, sondern auch Hebräisch, Chaldeisch und Syrisch. Daher wäre er beinahe Orientalist geworden, bis ihn der Tod des Vaters veranlasste, die juristische Tradition von Teilen der Familie fortzusetzen. Pütter begann sein Studium mit kaum 13 Jahren zunächst an der Universität Marburg, unter anderem bei dem Aufklärer Christian Wolf, wechselte 1739 an die Universität Halle, wo er mit Gottfried Archival Freundschaft schloss, und beendete sein Rechtsstudium an der Universität Jena. 1744 habilitierte er sich in Marburg. 1746 wurde er als außerordentlicher Professor der Rechte an die Universität Göttingen berufen, wo er trotz mehrerer weiterer Rufe bis zu seinem Lebensende verblieb, wohl nicht zuletzt, weil er dort die Fürsprache und schützende Hand seines Förderers David Georg Strube genoss. Selbst Angebote als Minister nach Braunschweig, als Reichshofrat nach Wien oder als Reformator des Rechtswesens nach St. Petersburg zu gehen, schlug Pütter aus. Dreimal allerdings war er 1764, 1790 und 1794 als Gesandter des Kurfürsten von Hannover, damals in Personalunion König von England, bei den Kaiserwahlen in Frankfurt. Pütter war wie Archival Mitglied der 1743 gegründeten Freimaurerloge zu den Drei Löwen in Marburg. Die Pütterstraße im Stadtzentrum Iserlohns erinnert an den Großen der Stadt. Da geht an. Bis zum nächsten Mal.